Aachen. Abschlepper Axel Bierferd ist unterwegs zu einer Kundin. Das Problem, ihre Schlüssel liegen im verschlossenen Fahrzeug. Ah, da stehen sie. Okay. Hallo. Das ist Ihr Fahrzeug? Hallo. Guten Tag. Das ist Ihr Fahrzeug? Ja. Wo liegt der Schlüssel? Da drüben. Zeigen Sie mal. Ich guck mal, ja? Ah ja, gut, gut, gut. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Mein Freund ist gefahren und dann hat einfach, er wollte sie in Taschen reiten und wir sind bereit und wollten ein Pauspacken nehmen. Aus Versehen gar nicht in der Tasche gelandet, sondern liegen geblieben. Passiert. So passiert das. Ich nehm mal mein Werkzeug und dann kriegen wir das. schon hin. Ja? Ja? Für solche Fälle hat Axel Bierferd ein Spezialwerkzeug mit an Bord. Ich klippe das jetzt abgefahren, dass keine Schäden entstehen und dann spreize ich die Türe ein bisschen und öffnen die dann. Und das ist alles klar? Das funktioniert sehr gut, glauben Sie mir. Kann ich dann alleine auch sowas lernen? Können Sie auch alleine sowas machen, natürlich. Also das ist ein Speizer, das ist extra, wir haben so Spezialwerkzeug für Fahrzeug öffnen, damit spreizen wir die Türe leicht. Und mit dem Draht entriegele ich den jetzt so. Vorsicht. Denn es kann laut werden, wenn die Alarmanlage losgeht. Selbst wenn die losgeht, ist das kein Problem, weil der Besitzer ist ja da. Ja. Oder? Sie sind die Besitzerin, ja? Ja. Gut. Und? Ist schon offen. Wirklich? Ja. So schnell. Das geht. Das geht. Oh Mann. Bitteschön. Super. Vielen Dank. Bitte. Ja, das war alles. Das geht schnell. Ja. Ja, ne? Guck mal, ich bin so schnell zufrieden. Danke schön. Danke schön. Kein Kratzer. Alles ist so, wie das vorher war. Ja. Okay. Alles gut. Danke schön. Danke schön. Okay, gut. Wow. Ich schreib noch einen Zettel, brauchst du noch eine Unterschrift? Ja. Alles klar. Danke dir. Jut, bitte, bitte. Danke. Ich hab immer Handy dabei, dann ich kann schnell anrufen. Wow, wirklich. Ja, das ist super für mich. Aber wir haben auch Kinder zu Hause. Und dann, das ist das Problem, ne? Ja. Dann da bitte noch die Anschrift rein und da eine Unterschrift, ja? Ja. Okay. Ja. Okay, danke. Warten, Sie kriegen noch eine Kopie. Ja. Das ist für Sie. Ja. Alles klar. Dann tschüss zusammen, schönen Abend auch, ja? Danke, gleich mal. Okay, danke. Tschüss. Wenn die Leute sich so freuen und sich so bedanken, das ist der Grund, warum wir den Job machen. Das macht Spaß. Das ist okay, wenn das alles so klappt. Ja. Achsel Bierferd wird heute noch mehreren Autofahrern aus Pannensituationen helfen. Seine Schicht ist noch lange nicht vorbei. Ja. 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 Ja.